so und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich bin heute mal mit king of the boss auf gomma d.net unterwegs und wir machen heute ein kleines killduell und wir machen fünf runden also best als erstes wir machen fünf runden und wer davon am meisten gewinnt hat insgesamt gewonnen so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.